Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir haben in der letzten Folge hier angefangen das Düngersystem sozusagen zu entwickeln und führen uns auch gerade weiter durch. Jetzt wären wir an dem Punkt, wo wir die Mischer brauchen, damit wir danach Dünger herstellen können. So, wir brauchen also 6 Kompost, 6 Tierfutter für 3 Kompost. Und aus 12 Kompost und 4 Wasser machen wir dann 16 organischen Dünger. Bedeutet, damit das rund läuft, brauchen wir 4 von den Anlagen, um eine zu füttern eigentlich am Ende, oder? Weil die braucht 60 Sekunden, ja die brauchen wir sogar mehr. Die braucht nur 20 Sekunden für den ganzen Vorgang. Das ist heftig. Die braucht 20 Sekunden für den Vorgang zum Dünger. Können wir da irgendwas chemisch vielleicht nachhelfen? Ich glaube, irgendjemand hier noch Dünger drin stehen hat. Ne, hat er nicht. Okay, schade. Wäre cool gewesen. Ich kann nur aus Weizen, Brenngas und auch Kompost machen. Das könnte ich dann mit einem speisen. Also wenn ich weiter an Brenngas interessiert bin, geht das rein theoretisch hiermit auch. Aber, dann machen wir das so. Dann brauchen wir eine Denkaufgabe, ich sag's euch. 60 Sekunden dafür bedeutet, wir bauen jetzt einfach mal 4 Stück. So oder so, am Ende müssen sie es machen. Ob sie es wollen oder nicht. 2, 2, 3, 4. Dann tue ich das U-förmige Förderband anschließen. Die hier schön anschließen dran. Zack und zack. Und dann geht es zurück in den Mischer. Der jetzt Wasser braucht natürlich. Bedeutet, ich muss dieses Wasser... So sehr ist sie ein Messfeld. Hier rüber in die Anlage speisen. So. Dann schließen wir die schön zusammen. Schau mal, wie gut das am Ende funktioniert. Ich bin echt gespannt dran. Was hier jetzt dann passiert. Wir geben denen schon mal wieder die Freiheit mit dem Weizen. Euch geben wir schon mal die Kompostaufgabe. So. Sollten nun gleich dementsprechende Mengen durchkommen. Komm, den Rest mach ich den. Dann sind die schneller fertig. So, wir sollten alle dementsprechend... ...einige Mengen an Tierfutter bekommen. Na, da sammeln sich schon die ersten Mengen. Ist ja ein gutes Zeichen sozusagen, wenn das passiert. Das ist ja ein ganz gutes Zeichen eigentlich. Ja, hier fängt es an zu stocken. Jetzt läuft es hier im Dauermarsch durch. Und jetzt wird das Lager gefüllt. Genau, und derzeit ist hier der Kompost. Und dann können wir daraus... ...hier dementsprechend erstellen. Und jetzt wird ein Dünger gelagert. Hier dann. Bevor wir das dann zurückschicken... ...kommt dann hier der Flüssigdünger wieder raus. ...und wird eingelagert. Da produzieren wir jetzt schön... ...und gemächlich... ...die Mengen, die wir benötigen. Aber die Mengen zu produzieren, die du da brauchst... ...das ist schon ein Aufwand trotzdem. Wenn man sich das so anschaut... ...da die Mengen herzustellen... ...das kann dauern. Das kann dauern. Was auch heftig ist, die kommen gar nicht mehr raus. Wie voll ist denn das Lager mittlerweile? ...180, also boom, voll eigentlich. Einmal Pause geben. Dann kann das durchlaufen. Deswegen hat man eigentlich die Verteiler dann. Weil dann passiert das nicht, was jetzt ist. Jetzt passiert Rückstau. Das ist gar nicht gut eigentlich. Das ist auch so die Anlage lustiger, die gerade am meisten arbeitet. Aber die arbeiten alle ganz brav und gut. Wenn man sich das so anschaut... ...geht das eigentlich echt schön dahin. Die Geschwindigkeit halt von... ...der Nachlieferung ist das Problem aktuell noch. Aber das... ...kriegen wir hoffentlich noch irgendwie hin. Hier liegt gerade schon, ob wir noch eine doppelte Menge von den Mischern hier aufstellen. Aber ob das so schlau ist unbedingt. Wir können auch ein bisschen Mais nehmen und... ...daraus Gas machen und Benzin oder Treibstoff halt. Das ginge rein theoretisch auch. So rein theoretisch. Jetzt haben wir schon relativ viel hier gelagert. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich wieder zurückschicken. Weil es muss ja auch in die Anlage rein. Und da kommt der nächste Spaß dran. Von hinten die ganze Anlage will liefern. Aktuell ist das Ende. Schließen wir mal die ganzen Kabel an. Und schauen wir mal, wie viel der Dünger bringt am Ende. Jetzt machen wir es im Grunde zu einer unterführenden Leitung hier. Und somit haben wir jetzt quasi einen Kreislauf gemacht. Wo hinten wieder was rauskommt im Gegensatz zu davor. Und die liefern jetzt natürlich die benötigten Rohstoffe. Aber jetzt mal nur die kleinen Mengen. Eieieiei. Ich glaube, wir müssen unser pausiertes Gerät wieder aktivieren. Um die Masse zu produzieren. Man kann die leider nicht drosseln. Das wäre teilweise noch relativ cool. Die Geräte drosseln zu können. Das wäre noch eine relativ feine Sache eigentlich. Okay, wie schaut es jetzt aus? Dünger 40 drin, 40 drin. Hier ist gar nichts dran. Jetzt bin ich mal gespannt. Ob das bringt... Ob was bringt der Dünger? Vermusste den hier in ausreichenden Mengen produzieren. Was wir hier gerade gefühlt nicht tun. Also in der Masse, den Dietl, glaube ich, den bräuchten... Das ist noch bei 100%. Okay. Ernte Statistik. Wie gesagt, wegen fehlenden Dünger. 20% weniger Ertrag. Wegen fehlenden Dünger. Bitte was? 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 Vielleicht doch gar nicht so unwichtig, mehrere von denen zu haben. Wir machen das noch größer. Scheiß drauf. Ähm. U-förmiges Förderband. Den schließe ich noch hier mit an. So. Schon steht die restliche Anlage. Und wird beliefert. Heieiei. Was man für Dünger nicht alles tut am Ende. Die alle arbeiten nur dafür, dass wir Dünger kriegen. Und ja, es ist... Man hätte es wahrscheinlich um einiges eleganter lösen können, wie ich es hier gemacht habe. Aber ich finde es gerade irgendwie cool. Ich würde mich interessieren, wie gut die Durchlastung ist. Es sind jetzt 8 Stück für eine Anlage. Kommen wir damit hinterher? Also gerade schaut es ansatzweise gut aus. Dass wir fast... ...immer was zum Produzieren haben. Jetzt kommen schon wieder 12 nach. Dann kommt nochmal einer. Sie liefern in einer relativ guten Zeit jetzt nach. Also 8 Stück pro Maschine für Dünger. Ist aber halt schon echt heftig. Ah, das Lager ist schon mal voll. Aber es füllt sich. Und der Statistik wegen fehlenden Dünger. Düngermittel da. Ah, okay. Ich habe organischen Dünger. Einen Dünger ist 1%. Maximale Düngung 100%. Mit einem Zweier kann ich 140 düngen. Und das ist maximal 2%. Okay. Aber ich habe doch jetzt Dünger da. Oder muss ich den einstellen, dass der genutzt wird? Muss ich das irgendwie sagen? Hey, verwendet das Düngemittel, was ich da reingeballert habe. Also ich werde jetzt noch einen Backup-Speicher einbauen. Der nicht zur Verwendung da ist für das Gebiet. Sondern für die anderen Pflanzengebiete. Aber wenn wir damit natürlich die Produktion steigern können. Sind wir richtig gut dabei. Die Frage ist nicht dann, ob man Bodenfruchtbarkeit ist hier. Jetzt steigt die Bodenfruchtbarkeit. Schaut dir das an. Ich wusste gar nicht, dass ich ein Ziel setzen kann. Ich hätte gerne ein Ziel von 140%. Warte. Wir setzen ein Ziel von 100%. Kriegt er das hin? Geht dann die Leitung langsam leer? Ja, ich habe das Gefühl, als ob ich merke, dass ich da was eingesetzt hätte. Ich setze bei allen das Ziel 100%. Dann müssten wir anfangen, Dünger zu verbrauchen, oder? Und je mehr ich ertrage dann will, desto höher ist die Auslastung wahrscheinlich am Ende. Vielleicht kann ich dann daraus so wieder gehen. Du kannst ja... Wo waren das? Bei welcher Maschine war das wieder? Nicht bei euch, glaube ich, ne? Ah, das war die Biogasanlage hier. Die kann man hier ausweizen. Das ist sogar das Beste. Am meisten Brenngas rausholen. Wie Leute, rein tötig könnte man vielleicht die Anlage in Brenngas umwandeln. Ah, die braucht 90 Sekunden. Oder das wäre vielleicht eher noch ein extra Bonus dazu. Um ein paar auszutauschen. Dann verwenden wir Weizen. Tun das mitverwenden sozusagen. Und dann... ...daraus arbeiten. Aber das Ziel... ...die Leitungen werden leer. Aber er arbeitet jetzt mittlerweile auch fast durchgehend. Das ist super. Wenn er echt so gut dran ist. Ich stelle jetzt mal die erste Farm auf wirklich reinen Weizenproduktion um. Ich will wissen, was passiert. Das ist jetzt... ...Forschungsprogramm sozusagen. Aber ich verliere jedes Mal gleich Boden. Oh, oh. Generatoren schalten sich aber nicht an. Was? Oh. Ich hasse dieses Problem. Ich habe wieder vergessen, den Scheiß anzuschalten. Gut. Dann machen wir jetzt aber hier mal Rambazamba draus. Und wir machen hier daraus jetzt offiziell eine Mine. Wo nicht mehr rumgetüttelt wird oder sowas. Hier wird jetzt erstmal gemint. Bereich editieren. Ihr kriegt den kompletten Bereich jetzt zugewiesen. Wie geht es meinen anderen Baggern? Das ist jetzt wieder das Problem. Ihr habt das fertig gemacht? Okay. Dann... ... ... ... ... ... ... So liebst du ja hier einen Anschluss machen. Und hier durchbrechen. Die schütten jetzt auf das der Wahnsinn. Hm. Hm. ... ... ... ... jetzt wurden wir uns da auch noch die straße durch gerade haben wir ein bisschen energieprobleme und das ist das wahrscheinlich wo man halt darüber nachdenken muss wenn hier keine kohle nachkommt, funktioniert gar nichts. Mit der Dampfrückführung könnte ich das halt wieder erledigen. Ah, ich hab doch rein theoretisch hier Wasser, ne? Rein theoretisch schnell liefern. Ziemlich bekloppt jetzt gerade, aber vielleicht eine schnelle Hilfe. Für was hab ich die Anschlüsse? So. Schnell bauen. So. So, schnell liefern. Und dann sollten wir eine fette Wasserlieferung trinken, oder? Richtig. Und richtig. Fürs erste ist Problem gelöst. Wo willst du hin? Warte, 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 warte. Erstens nicht hier unten schürfen. Meine Bagger tun sich gerade ins Chaos stürzen. Kann ich den bitte zurücksetzen. Zurücksetzen. Dann will keiner mehr zu denen. Und wieder in den Dienst. Gut. Ich hoffe, dass sie den Durchgang ganz schnell buddeln können. Nein, sie buddeln wieder an derselben Stelle. Ah, das schaffen nur meine Idioten-Bagger. So. Fürs erste wird es ja noch funktionieren, aber wir müssen halt erst mal umstellen, sozusagen, das Gebiet freischaufeln und dann hier runter gehen. haben wir ja die Rente durch die Riesen-Kohle-Mine am Ende. Blöde Frage, wie komme ich hier an den Düngeranschlüssen? Ah, ne, der Düngeranschluss bei euch ist ja vorne, glaube ich, ne? Stimmt, der Düngeranschluss ist vorne. Wird gar nicht mehr so schlimm zu erreichen. Wie schaut's aus? Oh, der Tank ist schon bumm voll. Er tut sie schwer. Aber er kriegt's, glaube ich, hin. Kann ich natürlich nicht gerade erwischt haben, nachdem er umgestellt hat. Aber okay, die Düngermittel sind auch knapp gerade. Also müsste das Ding hier doch noch ein bisschen schneller arbeiten, wahrscheinlich. um wirklich eine gute Düngerdurchführungsproduktionslinie zu erhalten. Wir setzen mal die Ziele allen auf 90. Dadurch sollte ja das Ziel dann besser erreicht werden können. Bin gespannt. Ja, jetzt, schau her, aber jetzt kann er gerade richtig flott produzieren. Na, jetzt hat er ein bisschen was auf Lager. Er hier auch. Er auch und er sowieso. Also wir stehen echt auf einem guten Weg, wie es scheint. Also meiner Meinung nach stehen wir auf einem guten Weg. Jetzt kommt wieder sehr viel nach. Zack. Die Leitung wird aber wahrscheinlich wieder leer gehen. Vermute ich. Hier ist es. Ah, die werden aber doch uns gut. Also ich glaube, es könnte gut sein, dass wir auf einem guten Weg sind. Eine kleine Liste kann es hier nicht erreichen. Weil die sich wieder in ein Endtunnelloch gebohrt haben. Mal wieder. Wo will er hin? Warum kommst du da nicht hin mehr? Oh, weil er noch da drin gefangen. Ah, ich liebe meine Bagger. Ich liebe meine Bagger. Ich liebe meine Bagger. Ah, solche Idioten. Na komm, buddel die aus. Also der Vorteil ist, wir buddeln uns ja hier gerade so einen kleinen Weg durch. Bedeutet, gleich ist das Problem wieder weg. Wir sehen auch, wo hier die Kante gerade beginnt. Also das wird hier so unsere Kohlekante sein am Ende. Und hier so ungefähr lang. Das ist dann die Kohle-Mine. Mit dem Zuführen von Wasser haben wir natürlich jetzt einen Vorteil, wie es scheint. Es ist zwar nicht so viel, ich glaube, oh ja, das schlucken unsere Pumpen jetzt nicht so ganz mehr. Aber was soll's? Äh, doch. Die Pumpeleitung scheint boom voll zu sein. Verbessern. Dies ist an der hier noch. Scheint so, als ob sie an der einen Pumpe lag gerade. Die wir hier verbaut hatten. Aber jetzt haben die relativ viel unter den Fichteln. Warum bist du... Oh, weil ich die... Weil ich die Mine... Das schaffe auch nur wieder ich. Heidewitzka. So, buddel ihn jetzt nicht da rein. Das wäre so ein bisschen blöd. Aber Leute, ich würde sagen, das war Folge. In der nächsten Folge werden wir hier uns ein bisschen weit noch mit den ganzen Themen beschäftigen. Wollen wir schauen, wie es vorangeht mit unserer Düngerproduktion. Ach, das schaut ganz gut aus, wie ich es finde. Und ja, werden wir schauen, dass wir den Rest auch nach da oben verschippern können, dass die hier auch ein bisschen gepusht werden und wir den hier verändern können. Echt sogar. Wäre gleich... Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr alle einen Daumen nach oben da habt, abonniert, wenn ihr noch nicht habt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo hoffentlich die Bagger ausgebaggert sind. Also, bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.